Ich will einen Schlussstrich darunter ziehen, weißt du, und das bringt nichts, wenn du immer hier auftauchst oder im Bodyburner mit Dean oder mir zu reden. Das ist, du hast eine Entscheidung getroffen, okay? Also, leb bitte dein Leben und ich leb meins. Boah, das hat richtig gut getan. Ich musste mich mal einfach, einfach auspowern. Endlich mal wieder mich und meinen Körper spüren und nicht nur dieses riesige, tonigförmige Loch in mir drin. Hey, Conor, Conor! Was willst du denn via von mir? Ich bin hier, ich möchte mich entschuldigen. Wie? Ja, die Vorwürfe, dass du, dass ich gesagt habe, dass du uns bei der Polizei verraten hast, wo unser Versteck ist, dass, ich weiß jetzt, dass du das nicht warst, sondern Emma. Emma? Ja, sie wurde von ihrer Familie unter Druck gesetzt, aber das ist auch egal. Ich wollte mich einfach persönlich bei dir entschuldigen. All das, all das, was ich gesagt habe, dass du der größte Fehler meines Lebens bist, das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich, ich habe es einfach nur gesagt, um dich zu verletzen und das war dumm. Es war nicht cool. Ich, ich hoffe einfach, dass du mir das nochmal verzeihen kannst. Tony entschuldigt sich? Bei mir? Ey, vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Obwohl, nein, 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 nein. Es ist vorbei. Ich muss jetzt stark bleiben. Schon okay. Alles cool. Nee, aber Tony, ähm, hier bitte, okay? Hey, also ich sehe es ein, dass ich daran schuld bin, dass unsere Beziehung kaputt gegangen ist. Alles cool, aber ich will einen Schlussstrich darunter ziehen, weißt du? Und das bringt nichts, wenn du immer hier auftauchst oder im Bodyburner mit Dean oder mir zu reden. Das ist, du hast eine Entscheidung getroffen, okay? Also, leb bitte dein Leben und ich leb meins, ja? Yes. Geh einfach, bitte. Scheiße, das hat mir gerade fast nochmal mein Herz gebrochen. Aber ich muss mich selbst beschützen. Ich muss Tony endlich vergessen, Mann. Ja. Alles cool? Ja, warum? Ich weiß nicht. In der Ansage gestern von Tony war ein bisschen heftig, oder? Ja, die heute war noch besser. Wie heute? Die stand gerade eben unten. Ich wollte dich entschuldigen für das, was sie gesagt hat. Scheiße, denn hast du sie abgekauft? Also war es ernst gemeint, oder? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Und dann, wie geht's dir dabei? Geht's? Das Ding ist so, ich will ja Tony vergessen, aber das ist nun mal schwer. Das war echte, richtige Liebe zwischen uns. Und allein schon gerade eben ihre Entschuldigung habe ich fast einfach so als Ausrede benutzt, um mich ihr wieder anzunähern. Ich meine, wie dumm ist das? Ich muss einfach akzeptieren, dass es vorbei ist. Ich habe Scheiße gebaut, ich habe sie mit Kim betrogen und deswegen ist unsere Beziehung vorbei. Aber das ist so schwer zu akzeptieren, weil es ist einfach so ein Tony-förmiges Loch in mir drin. Weißt du, was ich meine? Bro, ja, Mann, ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich kenne das Ganze von Lilly, das war auch eher ein super, super Scheiße. Aber weißt du, was mir damals geholfen hat? Komm, jetzt nicht mit deinen Dating-Apps, Dicker. Nein, Mann, ihr, meine Freunde, ihr wart für mich da. Und die Dating-Apps. Dicker, lass doch heute einfach einen drauf machen. Ich meine, George, die Werkstatt ist eh geschlossen aus irgendwelchen familiären Gründen. Dir wird das auch gut tun, ein bisschen frei vom Abi lernen. Nein, ich gar nicht. Komm schon, keine Frauen, einfach nur Spaß. Hier, Alkohol, ein bisschen was trinken, ein bisschen lachen, hä? Ein bisschen, hä? Ich finde es voll cool, was er sagt, Dicker. Ich meine, Olivia ist auch schon arbeiten und außerdem kann ich mich krank nehmen, Alter. Verstehst du? Zwei Wochen mit Pete, mit den Restgegen. Dicker, das ist ein Nerv, Alter. Also kann ich mich ruhig heute krank nehmen. Er wird schon nicht wecker. Okay? Ja, okay. Komm, Bro. Ja, das war allerfeinste, Junge. Geil, das wird super. Was würde ich nur ohne meine Jungs machen? Ich meine, ganz ehrlich, Ablenkung ist genau das, was ich brauche. Und solange mich alle mit dem Thema Frauen in Ruhe lassen, ist alles super. So, Mennert, warum in Gottes Namen muss ich mir einen Anzug anziehen? Was ist denn das? Wollt ihr die Bank von Monte Carlo ausrauben oder was sollen diese Outfits? Das ist der Alkohol, das ist deine Brille. Ich dachte, wir gehen raus. Setz dich. So, wir haben uns das anders überlegt. Ich meine, wenn wir rausgegangen wären, hätten wir eh nur wieder irgendwelche Frauen getroffen. Also, ich meine, bei drei so gut aufsehende Herren, wir. Können wir uns ja gar nicht retten, vor lauter Sexy. Oh, schön gesagt, Bruder. Und da du keinen Bock auf irgendwelche Frauen hattest, haben wir gesagt, machen wir einen richtig geilen Pokertagabend. Ja, nett. Mit ganz viel Whisky. Oh. Ja, okay, gefällt mir. Let's go, Alter. Karten auszahlen. Was ist der Einsatz, Puffi? Wir spielen. Wollt ihr nicht? Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr nicht arbeiten? Oh, oh, dass wir nicht arbeiten müssen, ey? Ich weiß gar nicht, was kommt man nach vielen Freizeit, ne? Hallo, was geht denn hier ab, boys? Boys, 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 boys. Also, ich muss wirklich sagen, so herausgeputzt, sieht da richtig fresh aus, was? Ähm, was machst du denn hier? Willst du nicht arbeiten? No, leider nicht. Weil im Bodyburn gibt's nur kaltes Wasser und Pete hat uns halt freigegeben dadurch. Ja, und das würde mein verehrter Freund auch wissen, wenn er nicht blau machen würde, ne? Wer kann, der kann. Na, stimmt. Also, können wir uns dazu gesellen? Ja, tschau. Ja, okay. Ja, läuft ja super mit der Ablenkung von der Frauenwelt. Keine zehn Sekunden vergangen, zack, sind zwei Daumen. und klemmen sich in unseren Brow-Tag. Ey, Leute, ich hab ne richtige Glückssträhne, Mann. Danny, Alter. Du alter Gauner. Tada! Wow! So, Bella! Kann ja wohl nicht sein, dass sie besser aussieht als wir, ne? Die Dame. Uh, danke. Alter, Pfarrer. Super aus. Dankeschön. Ich geh mal das nächste Mal. Ja. Olivia. Boah, ich hab keinen Bock mehr auf die Kombo. Jetzt spielen Tara und Olivia auch noch mit Poker. Super. Toller Kumpeltag. Ähm, Conner, habt ihr noch irgendwas wie Chips oder so? Irgendwie shitty-mäßig was da? Ja. Du, was ist denn eigentlich los mit dir? Mann, du bist so mega gute Stimmung und du bist irgendwie so geknickt. Ist das, weil wir uns selbst eingeladen haben? Warte mal. Warte mal. Nicht direkt. Das ist so, ich hab mir unter dem Tag halt einfach was anderes vorgestellt, weißt du? Ich wollte einfach mal die Scheiße von meinem Leben vergessen. Das ist auch schon alles. Ja, okay, kann ich verstehen. Also, Oli hat mir schon erzählt mit der ganzen Tony-Story da irgendwie. Mann, aber hey, Liebes, guck mal so ein Arschlach. Was soll ich sagen? Sagst du's? Ja, ich mein, ich hab's mir ja selbst zuzuschreiben. Ich hab Scheiße gebaut, seitdem läuft's nicht mehr. Fertig. Nee, jetzt, Conner, du brauchst jetzt auch nicht die Schuld geben. Jetzt mal ganz im Ernst, so in einer super Beziehung, wo beide glücklich sind, da geht keiner fremd. Mann, und guck mal, sogar Dean hat Olivia verziehen. Andersrum. Obwohl er mit Amelie gebumst hat. Und Olivia ist echt manchmal eine Bitch. Also du weißt, ich liebe sie, aber... Mann. Wenn ihr beide glücklich gewesen wärt, dann wäre das nicht passiert. Und du kannst mir nicht erzählen, dass Tony so ein Engel ist und noch nie irgendeine Scheiße fabriziert hat. Wenn man sich liebt, verzeiht man sich. Naja, also, sie war mit Dean zusammen, als wir das erste Mal was hatten. Und auch das, was sie jetzt letztens abgezogen hat. Ja, vielleicht, vielleicht hast du recht. Ja, siehst du, ist ja sehr interessant. Also, Kopf hoch, ich würd sagen, wir trinken jetzt was Schönes, weißt du? Und du bist wirklich ein super Typ. Und wenn sie es sich einzieht, dann hat sie selber Pech. So, und jetzt, Kopf hoch und party hard. Okay. Ey, Tara hat voll recht, man. Warum hält Tony sich eigentlich für was Besseres? Hätte ich echt nicht gedacht, dass sie die erste ist, die mich aufmuntert. Schon in Ordnung, die Kleine. Und süß auch. Ich würde sagen, ich hab gewonnen. Ich glaube nicht, mein Schatz, zwei Paar. Ne? Zwei Paar, heißt das. Zwei Paar sogar, ja, ist das. Und zweitens, Drilling. Meine Damen und Herren, damit haben wir den Sieger des heutigen Gabens gefunden. Connor, motherfucking Parfait. Scheiße. Scheiße. Yo. Danny, komm her. Danny. Hey. Mann, bist du so betrunken? Alles cool? Ja. Ja, geht. Hast du viel getrunken? Ey, Leute, ich glaube, ich leg mich kurz pennen. Ihr macht das. Ja, machen wir. Ja. Machen wir, machen wir aus. Ich komme dich dann gleich zu, denken, okay? Pfff. Verrückt. Ich glaube mal, das liegt daran, dass wir alle nur ein paar Chips gegessen haben heute, ne? Ich glaube, es liegt daran, dass wir hier zu viel gemischt haben. Das kann auch sein. Aber den werden wir definitiv nicht so schnell wiedersehen. Ja, glaube ich auch nicht. Soll ich eine Pizza holen? Ja. Was? Ja? Pizza? Ja. Ja? Händchenbrust, Soße, Lendessen, Brokkoli, bitte. Ich nehme Salami. Okay. Salami? Einfach. Aber lecker. Einfach. Du? Ich nehme... Ach, scheiß drauf, ich komme mit. Ja, ich wusste es doch. Du lässt mich doch nicht alleine gehen. Aber machst du deine Knöpfe bitte? Ja, klar, Schatz. Ja, Baby. Gut, glaube ich, dann wird später, wa? So. Was machen wir zwei Hübschen denn jetzt so? Wollen wir weiterspielen oder wollen wir warten? Buka zu zweit. Lass uns warten. Stimmt ein bisschen langweilig, aber wir können ja den Einsatz hören. Vielleicht mit ein bisschen Strip-Hookern? Strip-Hookern? Oder hast du Angst? Weiß, wer gerade gewonnen hat. Okay. Komm. Dann sagst du, dass du es dann wiederbekommen, ja? Let's go! Ich like it. Warum nicht? Ich muss doch mal nach vorne schauen. Dann setze ich jetzt halt alles auf eine Karte. Lass mal sehen. Sehen lassen, ja? Meinst du damit meinen Körper oder meinst du damit, was ich auf der Hand habe? Beides. All in. Okay. Straße. Ja, nett. Aber ich hab... Oh. Ich würde sagen, dann bist du jetzt mal dran mit Ausziehen, oder? Ja, okay. Können wir machen. Aber in meinem Zimmer. Alles besser. In deinem Zimmer? Mhm. Würde ich schon sagen, oder? Und, ähm, was machen wir, wenn Dino und Olivia reinkommen? Sagen mich auch, oder? Mhm. Also ich muss wirklich sagen, eigentlich stehe ich nicht so auf. Jungs, die noch zur Schule gehen, aber ich kann Männern in Anzügen einfach wirklich nicht widerstehen. Ja, Mann, läuft bei mir. Tara ist so geil. Endlich kann ich Tony vergessen, Mann. Tony. Nee, warte mal, ganz... Entschuldigung. Das ist nur... Ja. Nein, 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 wirklich. Tara, das ist gerade... Den ersetzt du? Ja. Alter, Connor. Spiegel. Also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du so weitermachst, dann wirst du Tony niemals vergessen. Ja, nein. Also es tut mir wirklich... Ja, das ist gut zu sein. Wirklich... Sorry. Ja, Connor, lass gut sein. Dankeschön. Ja, nein. Also... Guck mal... Das ist jetzt nicht so einfach zu erklären. Ja, was ist das? Äh... Warum war sie nackt? Gute Nacht. Connor? Hä? Toll, das habe ich jetzt auch ordentlich versaut. Aber ich konnte plötzlich nur an Tony denken. Ich meine, warum kann ich diese scheiß Tony-förmige Loppen? Ich kann doch nicht einfach zuschütten. Chiara, müsstest du nicht eigentlich bei einer Exkursion sein? Komm, Chiara. Scheiße auf den. Ich habe eine schöne Hütte am Buschkrug. Weißt du, da können wir jetzt den Tag verbringen. Das ist irgendwie ein Drogen-Junkie, der auch mit Drogen dealt. Und der ist gewalttätig und der war sogar schon im Knast oder was? Nur weil ich Chiara so von Kopf gestoßen habe, ist sie mit diesem Typen mitgegangen. Ey, wenn der irgendwas passiert, verzeiht mir niemals. Ich kann das halt nicht so, Outdoor-Sex, das ist nicht meins. Wir hätten einen Brecheisen mitnehmen sollen. Wir haben doch keinen Schlüssel. Die Tür krieg ich schon hoch. Bist du schon hoch? Bist du schon hoch?